Von Mordkommission an Polizeidirektion Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Veranlassung geeignet erscheinender Schritte Betreff Leichenfunde in Garmisch-Partenkirchen, Frankfurt und Hamburg am 9.11., 10.11. und 12.11. dieses Jahres Aktenzeichen MK-4214-7a Nach eingehender dactyloskopischer Untersuchung der unter obigem Betreff erwähnten Toten wurde festgestellt, dass die Papillarlinien sämtlicher Zehnfinger der drei Leichen übereinstimmen. Gezeichnet Heinz Florentin, Kriminalkommissar Der, wie es in unserem blumenreichen Amt Deutsch heißt, Endesunterzeichnete dieses Schriftsatzes ist ebenfalls im Kurhaus von Wiesbaden erschienen. Mit seinen Kollegen aus Hamburg und Garmisch-Partenkirchen steht er neben der Eingangstür und beobachtet die hereinströmenden Gäste. Sehen Sie, da drüben, Professor Hellbrand, Korrifäer auf dem Gebiet der Metaphysik.